Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Wichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Spanien sind mein Befehl zu übersetzen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfreitiger, freudender Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühten... Ich setze Feiglinge! Verreiß ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Neust des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur aufzuladen, wenn mein Messerkabel hält! Jahre lang hat das Militärakademie für meine Aktion in Lübe hielt! Es hat mich jeden, nur als sechs Picken widersteckt! Ich hab weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um dann alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aufs Bisschen gestellt, ganz verraubbar erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn es doch verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerla! Jetzt beruhig dich doch! Über die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, uns zu diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Und Sie machen das? Mehr auf! ? ? four non la